Die ungarische Nationalmannschaft Unsere brave Elf, die noch nicht ahnt, welch gewaltiger Sieg ihr beschieden ist. Die beiden Kapitäne, der Ungar Scharossi und der Österreicher Nausch, begrüßen sich. Der Schiedsrichter Christ nimmt die Auslosung vor. Österreich hat Glück und spielt in der ersten Spielhälfte mit der Sonne. Der Schiedsrichter Christen Der Schiedsrichter Christen Der Schiedsrichter Christen Untertitelung des ZDF, 2020